Musik 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 Hallo zusammen und herzlich willkommen zum aller allerletzten Adventskalender Päckchen Video auf Martinos YouTube Kanal. Ja, ich werde jetzt mal das Päckchen auspacken und auch noch ein paar Infos geben. Das Päckchen ist so gross und ich vermute, dass es der Kalender ist von der Bützer Buben. Weil ich so in den Bösen bringe ich ja vom Traupferstamm und ja schon das Päckchen vom Traupferstamm. Es ist der Kalender vom BSC Iber. Ich habe zwar hofft, dass es der Kalender ist von Traupfer, aber es ist auch nicht schlecht. Äh, ja. Einfach mal speziell. Äh, jetzt umgekehrt das ich. Aber ja, meine Freundin hat heute den Traupferkalender drin. Zum letzten Päckchen. Ähm, wenn euch das Video gefallen hat, gebt damit ein Like. Und wenn kein Dislike, lasst ein Gratis-Abo da. Das ist hier. Oder der Daumen nach oben ist hier. Ähm, jetzt habe ich noch eine Information. Das ja mein letztes Abfällskalender Video ist. Ähm, werde ich jetzt die Abendmacht Weihnachten geniessen. Und werde einfach der Weihnachten meine Weihnachtsgeschenke zeigen. Und zum Mitteln, was als nächstes noch kommt, nach einem Weihnachtsgeschenke, ähm, Video, werdet ihr dann noch erfahren. Nach, eben beim nächsten Video. Ich werde unten in der Benachrichtung, unten wieder mein, ähm, Instagram-Kanal haben. Geht doch direkt vorbei schauen. Und lasst auch dort ein Gratis-Abo da. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Und einen schönen Weihnachten. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Ich bin mega festgegeben.